Hallo! Deine Testnummer lautet 5043. In 50 Metern erreichen Sie den Ausgang zu Low City. Deine Test ist unnötig. Wo war die Kaskada nochmal? Wir wissen das. Halleluja. Was passiert, wenn man ein Streichholz in ein ausgedauertes Feld rieft? Was glaubst du, hätte diesen Brand dann jemals wieder löschen? Das ist unsere Chance. Unser Distrikt wird nun endgültig von Rebellenblut befreit. Was glaubst du, ist besser? An sicherer Frieden, der auf einer Lüge basiert. Oder ein vernichtender Krieg erschaffen aus der Wahrheit. Wir täuschen die Welt, aber wir wahren den Frieden. Die Welt. Boer Wohin. So ein kommender Krieg. Dann vergangen Sie den Regen. Das ist der Fall.